Tagesordnungspunkt 94, Dringlicher Antrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, Neubenennung für ein Hessisches Mitglied für die verbleibende Amtszeit der siebten Mandatsperiode im Europäischen Ausschuss der Regionen. Das ist die Drucksache 20 7808. Wer stimmt dem Dringlichen Antrag zu? Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die SPD und die FDP und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Die Linke und die AfD. Dann ist der Dringliche Antrag mit dieser Mehrheit angenommen.